Willkommen liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gleich gegenüberstehen werden. Die Ausstellungen, die kommen auch gleich. Aber warum sage ich das? Fußballherz und was willst du mehr? Hier schauen sie mal. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Hansi, es sieht nach 3-4-3 aus. Dieses System verspricht, wenn es denn funktioniert, Spektakel. Fast alle Spieler haben den Auftrag, auch offensiv zu denken, ohne hinten zu viel anzubieten. Dieses System erfordert ein Höchstmaß an mannschaftlicher Geschlossenheit. Alles ist angerichtet. Versucht den Pass da durch die Gasse. Die Idee war gut, nur der Ball ist am Ende nicht angekommen. Das Motto heißt ganz klar ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. Sucht die Lücke. Und da ist er! So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Das ist ihre Spielphilosophie. Die Balleroberung mit hoher Aggressivität. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das ist eine Spielphilosophie. Die Balleroberung mit hoher Aggressivität kriegern. Der Balleroberung mit hoher Aggressivität. Und dann ab Boris Fäh. Das ist pure while Dos. Das ist eine 아니야! Bis zum 죽en. Garmen mit hoher Abonnieren sind berüht sie掘06g oder leften. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Wer den Ball kontrolliert. Ja, das war ein klares Foul. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Gefahr vorerst gebannt. Und macht er den? Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Mit Tempo nach vorne. Sucht seine Mitspieler. Jetzt, jetzt, der Schuss. Sehr guter Versuch. Erfolgreich? Nö. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Er bringt das Ding. Perkopf. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Dortmund ist gut aufgerückt. Die Spieler waren da im 16-Meter-Raum. Aber am Ende ist nichts rausgesprungen. Das ist sehr anständiges Pressing-Fall. Raus auf die linke Bahn. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Der Gedanke war der richtige. Aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Ab auf die Flanke. Einfach mal weggedruschen. Der Ball kommt durch. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Einwurf ist die richtige Entscheidung. Wenn man sich so das Spiel anschaut, dann scheint es darauf hinaus zu laufen, dass sie häufig über die Flügel kommen. Wenn du diese Verteidigung aufbrechen willst, dann musst du das Spiel breit machen, damit sich die einzelnen Gegenspieler mehr und mehr aus dem Defensivvermunt lösen. Und dann entstehen Lücken. Und dann können deine Spieler in genau diese Lücken reinstoßen. Gut dazwischengegangen. Genau das war nötig. Langer Abschlag vom Keeper. Da geht er alleine. Schlauer Pass. Und die Möglichkeit. Gute Aktion des Torwarts. Die hat er ganz stark gehalten. Und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Und er ist zu Stelle. Super Tackling im 16er. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt mit dem Rücken zum Tor. Der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Sucht die Lücke. Starker Pass. Und damit ist die Gefahr fürs erste Gewand. Ab auf die linke Seite. Will ihn da durchstecken. Da kommt die Hereingabe. Gefahr vorerst gebaut. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Raus auf die linke Bahn. Gerade noch so geklärt. Der Befreiungsschlag. Clever gespielt. Einfach herrlich. Ein sehr kluger Pass. Gefahr vorerst gebannt. Da kann er froh sein, dass er den noch gekommen hat. Versucht den Pass da durch die Gasse. Und gleich wieder zurück. Die Schussgelegenheit. Er zieht durch das Ding. Sie spielen sich schon in einem kleinen Rausch. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich lege mich da fest. Kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Und das ist das. Und das ist das. Und das ist das. Und das ist das. 2 zu 0 ist schon sehr komfortabel. Also beim Stande von 1 zu 0 war die Partie noch ziemlich offen. Aber zwei Tore Unterschied. Das ist schon ein gewaltiger psychologischer Vorteil. Oder Nachteil. Ganz wie man will. Rüber. Nach rechts. Und er ist immer noch am Ball. Das war enorm wichtig. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Hansik, ist deine Einschätzung der ersten Hälfte? Sie führen mit 2 zu 0. Und ich bin gespannt, wie sie jetzt vorgehen werden. Schnell klare Verhältnisse schaffen. Oder langsam und sicher diese zwei Tore über die Zeit bricht. Hälfte 2 ist eröffnet. Also da lege ich mich fest. Wenn sie jetzt noch ein Tor kassieren, dann heißt das Game Over. Ich bin gespannt, wie sie die zweite Hälfte angehen. Wunderball namens Ecke. Dortmund. Jetzt also mit dem Wechsel. Das ist definitiv ein offensiver Wechsel, der Sinn macht. Stark angesetzt zum Kopfball. Und noch eine Chance. Einfach mal Langholz. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie draus machen. Und weg ist er. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Den Ball weit rausgehoben. Er zieht in Richtung Tor. Boxstarke Aktion. Den muss er machen. Ab in den 16er damit. Sie sind jetzt gefordert. Sie brauchen eine andere Körpersprache. Sie müssen beweisen, dass das Wörtchen Aufholjagd in ihrem Wörterbuch steht. Langer Ball auf den Flügel. Ein Fußball-Künstler. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Uns stellt sich natürlich die Frage, hat der Trainer ihm das somit auf den Weg gegeben? Hat er gesagt, versucht es mit langen Pässen durch die Mitte. Der Torhüter haut ihn weit raus. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Sucht seinen Mitspieler. Das ist schlitzohrig. Abgefahren. Gut gemacht. Guckt dir dieses aggressive Pressing an. Da ist für die Dampf auf dem Kessel. Damit kannst du einen Gegner richtig zermürben. Sobald er den Ball erobert hat, wird er gejagt. Und wer er verliert den Ball wieder, dann wird es richtig gefährlich. Klar, sie bekommen hier den Freistuss. Klare Sache, das muss gelb geben. Wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich ihm hinterher diese Situation zehnmal zur Strafe vorspielen und ihm immer wieder die Frage stellen, sag mal, was wolltest du da eigentlich? Und er ist zur Stelle. Richtig guter Laufner auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Er hat ihn einfach stehen lassen. Versucht die Gasse zu finden. Perfekt antizipiert. Langer Abschlag vom Keeper. Es geht über die rechte Seite. Sucht die Lücke. Er könnte zum Tor ziehen. Er bringt ihn rein. Einfach mal rausgedroschen. Sucht seinen Mitspieler. Der kommt durch. Versucht den Pass da durch die Gasse. Und er macht sich den Weg frei. Versucht da durchzustecken. Das ist nicht von dieser Welt. Mit viel Gefühl. Weltklasse-Technik. Und der Keeper holt sich den Ball. Rüber. Nach rechts. Sucht die Lücke. Und weg ist er. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Jetzt muss der Umparteistin hier extrem aufpassen. Es wird hektisch und hektischer. Was für ein Tor. Ein herrlicher Treffer. Unglaublich. Und jetzt könnte es wirklich noch turbulent werden hinten raus. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine ganz große Stärke. Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Will ihn da durchstecken. Das Spiel hat für sie nicht gut angefangen. Und das Spiel hat für sie ein schlechtes Ende. Das Spiel hat für sie nicht gut funktioniert. Vielen Dank.